24. Januar 2023. Hier ist Sandra Capella. Sie steht vor einem Schiff. Das ist riesengroß. Und die Dimensionen, all das werden wir gleich mal erfahren. Elli ist mit uns dabei und wird uns ein bisschen begleiten, denn dieses Schiff ist quasi ein Traumschiff. Und man kann sich gar nicht vorstellen, muss man wirklich sagen, wie es da drinnen aussieht. Von außen ist es dunkelrot. Du hast hier Gelkot natürlich mit drauf. Und ja, was denkst du, wird es geräumig sein? Bestimmt. Es wird ein paar Zimmer haben und ein paar Bäder. So, kommen wir. Wir schauen uns das Ganze mal von ein bisschen weiter weg an. Und die Anzahl der Stockwerke sind eins, zwei, drei, vier, fünf Stockwerke, Sandra. Hast du sowas schon mal gesehen? Du warst noch in keinem mit fünf Stockwerken, oder? Nee. Drei war die Spitze bisher. Sehr schön. Wenn du mal kurz mitkommst, dann gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Man sieht es ja ganz gut. Elli ist mit dabei. Sirena 78 heißt es. Und es wird in der Türkei gebaut und hat wirklich ein unglaublich schickes Design. Ja, wir haben es ausgewählt. Warum, habe ich eben erklärt. Sag es nochmal einmal. Weil es einmalig ist. Weil es auffällt. Super schick. Es fällt auf und man müsste eigentlich auf eine andere Seite gehen. Aber sie haben hier vorne eine kleine Plattform gebaut. Und das Ganze werden wir uns gleich mal wirklich on detail angehen. Wir werden auf das Schiff drauf gehen und werden ein bisschen zeigen, wie es funktioniert. Und ja, Elli kommt mit. Und er hat uns um eins gebeten. Wir reden nicht über Preise. We don't talk about prices. Yes, that is correct. Ja, das ist nämlich Company Policy. Hello, Elli. Hello, hello. It's such a nice boat, I have to say that. And you have five stories here. Excuse me? You have five stories here. There's a flybridge, there's the main deck and there's a lower deck. Because underneath you also have a lot of space here. So yeah, we've got four cabins here. So man hat also vier cabinen hat man hier. Und it's made for how many people? I would say for eight guests. There's a master cabin in the Amidships. So it's in the middle over here. Then we've got the VIP cabin in the very front. And we've got two guest cabins in the starboard and the port side. So, also das Ganze ist wirklich für acht Personen gedacht. Man hat hier vorne, hat man also die Master-Kabine, die hier mit drin ist. Und wenn man hier schaut, die Schiffe sehen natürlich, wenn sie hier im Trocken-Dock liegen, sage ich jetzt mal, in Düsseldorf. Sie sehen zehnmal größer aus. Ja, und Ali, er hat wirklich zu uns gesagt, ja, wir müssen das mal von innen anschauen. Man kann wirklich ganz viel bestimmen. Es ist also kein Serienfertiger. Sie haben unglaublich viel Einfluss auf das, was gebaut werden kann. Und ich muss euch sagen, es ist einer der schönsten Boote hier in Hall Nummer 6. Wirklich. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich. Danke. Ja, es ist eines der schönsten Boote, die wirklich hier stehen und haben gesagt, komm, wir gehen mal vorbei, zeigen mal das Ganze und ja, wir gehen mal rein. Das hier ist quasi so der Eingang. Und you make normally you make an appointment to get up? Yes, that is correct. Yes, you have to have an appointment in order to see and visit the yachts. So, man braucht also auf jeden Fall braucht man einen Termin. Ansonsten kann man nicht einfach so reinlaufen. Aber ihr habt ganz viele Leute, die den Kunden natürlich das Produkt ganz genau zeigen. Because there are so many details that have to be explained. Yes, that is true, that is true. And the power of the machines. Tell me something about it. So, in the 7TA, we have twin MAN engines, V12s. The standards are each 1400s for each engine. And optionally, you can get the 1550 MANs. So, man hat MAN-Motoren mit drin, 2800 PS sind hier drin. Und hier sieht man auch mal die Dimensionen hier. Also, ich habe mal verschiedene Ebenen gezählt. Und klar, das ist ein bisschen anders in der Definition, was man hier hat. Aber ich sehe im Moment 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen. Er hat es mal definiert mit drei Ebenen. Aber ich glaube, es geht noch weit runter. Und die Crew muss ja auch noch irgendwo unterkommen, oder? Genau. So, ja, wir gehen mal hoch, gucken uns das Ganze mal an. Und es gibt viele verschiedene Modelle. Das sind die Modelle, die da sind. Und hier vorne fängt es an bei 48, 58, 68. Das ist die 78. This is the 78. So, und dann gibt es noch die 88 RPH, but you don't have it here. No, we only have the 68 and the 78. Yeah, and how are the reactions here? I mean, it's pretty impressive. We can see that people have a lot of interests in our yachts. So, since we didn't have the boot Düsseldorf for the past two years, we couldn't do the unveiling of these two yachts here. But, yeah, so we're here today in 2023. This is brand new. Yep. So, this is our very latest model, that we just produced. This is the 78 and we have the 68 and the left side. So, also, sie konnten die letzten zwei Jahre nicht ausstellen. Und das ist der Grund, warum alle, ich sag mal, man quasi zwei Weltneuheiten auf einmal hier drin hat. Und das merkt man auch. Also, die Leute sind unglaublich begeistert hiervon. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, so viel kann ich euch schon mal sagen, ist sehr gut. Also, man bekommt, you get a lot of yacht for your money. That's what you can tell. That is true, yes. Yes, I would say that. That's very important. Because your brand, how old is your brand? So, Serena Yachts, we've been in the industry for six years now. We have six models. Our smallest one is the 48. We've got the 58, the 68, the 78, and our flagship is the 88. So, you are almost brand new on the market. I would say we're pretty new, yeah. Oh, this is the reason why you have to improve your brand a little bit. But at the same time, we've been in the industry, our mother brand, Serena Marin, we've been in the industry for well over 14 years now. So, we're new with the Serena Yachts brand, but we've been building sailing yachts for the previous years. So, this is the reason why we're here. We want to see also the brand new brands that we have here. And this is now something really my colleague has to determine what she's thinking about this huge space. Also, du musst unbedingt mal beschreiben, was wirklich der erste Eindruck ist, wenn du hier reinschaust. Ich kann es nicht beschreiben. Wow, einfach. Einfach wow. Unglaublich viel Platz. Und was auffällt, ist wirklich, dass die Farben und so weiter alle sehr, sehr natürlich sind. Du hast hier braune Farben mit drin. Das Ganze soll also jetzt so sein, nicht so, weißt du, super modern, sondern es soll für eine ganz lange Zeit sehr aktuell sein, oder? Echt schick. So, vorne hast du das Ledersofa? Das ist ja schön. Ehrlich, oder? Ja. 100% ehrlich. Ganz anderer Stil, oder? Als eben in den... Ja. So, man kann aber alles selbst bestimmen. So, it means that you can... That you can configure your boat as you want. Yes, so this is a semi-kustomizable yacht. Obviously, we can't do modifications to the... Layout of the yacht, but we can do some changes in the interior, mostly. Not so much on the exterior, but in the interior, we can do some modifications, some layout changes. The length of the yacht. So, the... The length of the yacht. The length of the yacht is 25 meters. The length of the yacht. So, in the salon, especially, we tried a different concept here, actually. So, as you can see, it's very... The layout is pretty airy. It's very open, I would say. It feels like a New York City kind of a loft. Obviously, for example, you can see the gallery area over here. It's open, but at the same time, as an option, we can make it as a closed galley. Also, ganz, ganz wichtig. Er hat gesagt, alles ist hier offen. Man kann durchschauen. Und das macht diesen riesen Raum hier aus. Also, wenn du hier drin bist, normalerweise, ich sag mal, alles ist unterbrochen. Aber du hast das Gefühl, du bist hier wirklich in New York in einem Loft drin. Du könntest hier auf den Central Park gucken, hier vorne raus, wenn man hier vorne sieht. Und es geht sogar noch weiter. Also, von der Geräumigkeit her muss man sagen, alles war bisher so ein bisschen unterbrochen. Aber hier hast du einen komplett offenen Raum, oder? Ja. Guck mal die Küche an. Die ist echt schön. Die Arbeitsplatte gefällt mir super gut. Das Holz ist super schön. Ich bin begeistert. Ist das wirklich Stein? Ja, es ist Marmor. Also, es ist Marmor. Und hier siehst du auch viele grifflose Sachen. Ja, in Turkey, you can say, they know how to build ships. Because you, you have to see. Ich würde definitiv, ja, agree with that. Wir, uh, as a country, we definitely know how to build ships. Und, uh, outside, it's, um, it's, it's fiber? It's fiberglass. It's GRP. Yes, that is correct. Also, das ganze Boot ist aus GFK. Und, uh, das macht es natürlich sehr, sehr leicht. What, what is the, the mass of the boat? What is it, uh? In kilograms. In kilograms. Okay. Also, nicht so schlimm. Man muss sagen, wir werden die technischen Daten, we gonna insert the technical data that you have on your website. And this is very simple, where you can read everything. And he's looking on his smartphone, because there is no answer you can't answer, which is not written anywhere in the internet. So, da vorne ist noch ein netter kleiner Apotheker mit drin. Dann ein ganz großer Haushaltskühlschrank. Guck mal hier, der ist wie zu Hause. I, I think... 76 tons. 76 tons. 76 tons. 76 tons. 76 tonnen. So. 76 tons. Oh. There is an option to choose, uh, uh, Miel, uh, for example fridge. There are a bunch of options here as well. I like this boat because of the open space. This is, uh, this is more than a house. Then, it's, it's, it's a real... Yes, that is correct. I would say that is correct, yes. It feels like a house instead of a yacht. Also, the integration of the steering wheel is so, is so soft. It's not, uh, it's not bothering in any way. I should definitely add, uh, I should definitely add this, you know, information. So, on this 78, we have three option layouts on the flybridge. This one specifically is the open flybridge version. If you choose the open flybridge version, there are two helm stations in the yacht. One is inside the salon and the second one is on the flybridge. But if you choose the semi and the fully enclosed models, then there is no helm station in the salon. The only helm station will be on the flybridge. And that gives a huge space to the interior, to the salon. Yeah, but this, this, this little space is so integrated, so it's not bothering at all. So, you don't feel that you're inside a boat. And, uh, I, I, I love your design. What's, what's inside there? Can, can you, can, can I take a look inside? So, well, this is a, not a storage room. It's actually for all the electronics. Okay. So, also, alles ist wirklich, man hat zwei große MAN-Motoren hier mit drin. Es gibt natürlich ein großes Garmin-System. Das Steuerrad, das ist mehr oder minder bei allen Schiffen ja gleich. Das haben wir schon gelernt, oder? Es sieht alles gleich aus dort. Ja. Zumindest ähnlich. Wow. So, guck mal hier, du, du hast eine ganz normale Küche. Because normally, kitchens are not home-styled. In a side of. And this is one of the main changes in the last 30, 40 years. That kitchens are always included now in Europe. Your market is worldwide. You can say that your ships are running already worldwide? Yes, of course, of course. We're, uh, we're selling our yachts pretty much all over the world. So, jetzt kannst du hier vorne schauen. Guck mal, da vorne ist der Weinkühlschrank. Alles ist ein bisschen weniger bling bling. Alles ist ein bisschen mehr, ja, ganz normale Wohnung, also muss ich sagen. Also, das wär's eine Heilen Wohnung, oder? So, so ein understatement, würde ich sagen. Understatement, she was saying. Because it's not so bling bling, you know. It's not so high sophisticated. It's very nice if you want to live here for several years. And not being bored of the design, maybe. Well, I agree with that. Yes, that is true. Very warm colors. How many people are here telling you, I just want to have it right as it is here? With the same color scheme, with the same fabrics, with the same design? We hear that a lot. But at the same time, we have some packages. So, for example, there's the Serenity package. There's the Elegance package. And there's the Inspiration package. These packages, they have, like, each of them have their own personalities, I would say. They change in color. The materials used in the interior space, they change as well. So, we serve actually, we offer a lot of modifications and changes, both interior and exterior for our customers. So, you also have a modern design. If you want to have this. The interior design is actually by Cordy Robert. He's an incredible designer, I would say. And the Elegance package is the darkest one. And the Inspiration package is the, I would say, the lightest one. Okay. In terms of color. So, some people are there on the sun deck. So, we go upstairs and take a look on there. This is also, this table is massive, isn't it? So, the full beam is actually six and a half meters. You will see, you will feel that pretty much everywhere on the yacht. But most importantly, over here in the aft cabin, you can clearly see that it's very spacious, it's very roomy. And you can, again, configure the aft cabin of the yacht as well. So, six and a half meters is also here, the width of the use of the ship. And that's right. And that's right. You have a place without a end. I have to see that I don't go down here. So, if you look right into my lens and then you can tell the space, it's enormous. That is true, that is true. Well, thanks to the lens as well. Okay, that's gotta say. It's also a wide range. But it's better to be wide angled than otherwise. Yes, that's right. Also, it's better if you have a wide range. It's better if you have a wide range. Because in Turkey it's sometimes a little warmer. And this is a flight deck. So, this is a very important part of the yacht. und der erste Grund ist, dass wir drei sehr große Modifikationen offerten, drei verschiedene Layouts hier. Also es gibt drei verschiedene Layouts, muss man sagen, also drei verschiedene Modifikationen, die durchgeführt werden können. Tell me. So, dieser ist speziell die Open Flybridge-Version, also es ist quasi wie bei jedem anderen Serena Jacht. So, alles ist jetzt hier offen und man sieht das so, es ist alles wie bei anderen Yachten, aber da gibt es auch andere Layouts, auch? Ja, da gibt es auch andere Layouts, auch speziell für diese Jacht. So, wenn man eine Semi-Enclosed Flybridge wählt, dann von hier, von all den Weg zu hier, gibt es eine Glass Door, eine Glass Window, würde ich sagen, und das ergibt viel mehr Sicherheit in Deepsea, da gibt es keine Wasser in der Mitte, aber wenn man diese Version wählt, dann gibt es eine Staircase von Flybridge bis zum Salon direkt. So, er hat gesagt, also es gibt die Möglichkeit, dass von hier bis vorne rum alles komplett verglast ist und das hat natürlich den Vorteil, dass das Wasser nicht reinkommt, dass der Wind nicht reinkommt und man viel mehr Schutz hat, but the back is open. Yes, in the semi-enclosed model, that is true, but you also have the chance to choose the fully enclosed model. And in the fully enclosed model, there is a glass door over here, just like the lower deck, just like the main deck, and if you choose those two versions, then there is this glass window over here, that is also a high-low window, it can be operated electronically, then we have the television unit here, again electronically operated. fun fact, I just stated a few minutes ago, if you choose those two versions, the semi-enclosed and the fully enclosed models, then there is only one help station on the yacht and that will be on the Flybridge. Also, ich habe also, wenn man die halb und voll integrierten Versionen wählt, dann gibt es eine Steuerstation, die ist hier und das sieht man also hier sehr, sehr schön, hier kann man das ganze Boot natürlich mit Steuern, kann man kurz mal reinschauen, hat den Ausblick hier auf der rechten Seite hier natürlich komplett und hat sehr, sehr viel Platz. Hugh, you can open this here? Right now, no, but usually, this can be fully turned on and it can be opened and closed. Okay, also, das hier kann man auch komplett öffnen, kann es dann auch nutzen und really, this is so open spaced, I've never saw this in any other boats right now. So, this is, I should also, I should also mention that it's a loose furniture concept. Also, es ist alles Möbel, die praktisch lose gestaltet sind, es ist nichts fest eingebaut. So, you can change things, very, very quick. So, what this means is, you can choose your favorite designer and you can use the furniture, you can use his furniture on the yacht. Also, man kann die Möbel mitnehmen von zu Hause, es ist nichts fest eingebaut. Und das hat natürlich auch einen riesen Vorteil, du kannst deine eigene Möbel mitnehmen, deine eigene Designer kannst du machen. Was hast du für einen Designer im Moment gerade für zu Hause? Ich habe Möbel von Maison du Monde, die sind aber auch ganz schick. Sie sind auch ganz schick. Ja, voll heute. Du hast aber keinen eigenen Designer. Designer habe ich keinen, nein. Warum nicht? Warum nicht? Wir schauen mal gerade auf die andere Seite, das ist die Sienna 68. Und, and there we have a pretty cool view on it. Yes. Because then you see the differences in the dimensions. So, this is one of the biggest ships yachts you got here. So, yes, the 78 is the second largest model we have right now. It's one size smaller than the 88. And 68, you can see on the left side, it's one size smaller than the 78. So, sehr schön. Komm, wir gehen mal runter. Dann können wir das Ganze mal sehen. Excuse me. Really quick. So, wir gehen mal kurz hier vorbei. Signature from Sraenayat. All of the Sraenayat, no matter which option you choose, we all have this shower over here, that is integrated. Also, da ist eine integrierte Dusche mit drin. Schau mal ganz kurz. Krass. Sehr schick. Und das Ganze läuft natürlich hier ab. So, it doesn't matter. Some drops are... Yes, of course. It's not a big deal. If it's water, it's not a big deal. Er hat gesagt, so, solange es Wasser ist, ist es kein Problem, ja. Also, man kann sich hier vorne hingehen und da sieht man auch schon, hier ist das Ende. Das ist sehr interessant. Dieses Schiff ist wirklich ganz anders designed. Das heißt, du hast mehr Platz. Und das ist das, was mir direkt aufgefallen ist hier an dem Schiff. This is one of the major, major pros of this ship here, that you got a lot of space, because otherwise it's maybe it's not so... So, yeah. All of our yachts are semi-displacement yachts and they're quite beamy compared to their size ranges. I mean, this is a 78 foot yacht and it has a 6.5 meter of beam. And that's pretty impressive. And it's a very, you know, modern troller that can cruise long ranges. Just a quick data. At 10 knots this yacht can cruise up to 1500 nautical miles. Also, mit 10 Knoten kann dieses Boot hier ungefähr 2300 Kilometer weit fahren. And the size of the tanks here, what is the size? So, we've got the 9000 liters of fuel tank. 9000 liter diesel. But optionally that can be upgraded, but that's usually more than enough. So, and that's all and all, he says he. He says he. He says he can also upgrade. We'll go down and see how it looks at the front. If we can go down again. Because it's still a little bit further. Also, I've told you, I have five layers. But he says, it's mainly three layers. And now you can go down here. We can go down here. Here on the side. That's a little bit more, where we just were. If you think about it, over there, it's almost almost as big. And we can go down here. Here on the side. And you can see all the glass floors, which you have. But also the layout of the doors. Everything is massive. All the charnier, which you see here, is there. And that looks more like a bus. It's massive. The quality. So, we go down here. Let's go down here. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. You have to see it. Because the space here on this ship, you even feel, as it would be double as long as it's from the outside. So you have living space. This is a house on the water. It truly is. It truly is. It's a family boat, we would say. It's a family boat, we would say. It's a family boat, we would say. And if you think about it, we have seen ships, which are 34 meters wide. They didn't have that feeling. Or? But look at the front here. That's crazy. It's amazing. It's really beautiful. I'll show you. Let's take a step back. Let's take a step back. Let's take a step back. We are on a boat. You can close these lamps. Of course. You can just go ahead and light up. You can just go ahead and light up and light up. Then you are also sure. You can just go ahead and light up. You can just go ahead and light up. You have to go ahead and light up. And this is Sandra Capella on your own dream ship. But every ship has a bit of a bit, right? Of course. So, guck mal rüber, in dem Schiff haben wir eben noch, weißt du noch? Alles ein bisschen, aber ich bin, I'm very, I'm very eager to look underneath. Ich bin schon ganz aufgeregt, ja, jetzt mal drunter zu gucken. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Okay. Ist da, oh ja, that's what I didn't see before. Okay, let's have a look. Also man geht hier runter, ich mach das mal gerade, es gibt eine Bändeltreppe. Is there a possibility to have a lift, an elevator? No, 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 unfortunately. Unfortunately, also unglücklicherweise gibt es keinen Aufzug. Also die Treppe muss man schaffen, ansonsten schläft man oben. Und, ja. So, das ist die, die eigene Kabine hier drin. Also das ist die größte Kabine, die du wahrscheinlich hast. Alles ganz warme Farben hier drin. Und wenn du hier, es riecht ganz neu, ja. Das ist brand new, das Schiff. Ja, so, and also, so, right now we're in the master cabin. It uses the full beam of the yacht. So you can definitely feel that 6.5 meters of beam here. We've got two layouts in the head area. So right now we have the his, her bathroom layout. But optionally you can choose, we can divide the area into half and we can make it a dressing room. And the other side we can make it a, just a normal head area. Er hat gesagt, also du fühlst hier richtig die 6,5 Meter Breite von dem Schiff. Und es hat eine Besonderheit. Er und sie hat ein eigenes Badezimmer. Ja, komm mal gucken. Ich komm mal gucken, ja. Das ist der Spiegel, aber es ist quasi die andere Seite. Es ist die andere Seite, warte, ich zeig mal. Da hast du... Nein. Das ist quasi gespiegelt. Guck mal, es gibt eine Seite. Das heißt, du hast die Dusche als zentrales Element hier drin. Wenn du aufstehst hier, hast du deine eigene Toilette. Das heißt, also du kannst dich nie mehr beschweren, wenn er zum Beispiel jetzt nicht im Sitzen pinkelt. Er hat so ein eigenes Klo, soll er voll machen. Es ist so, aber du hast eine große Dusche, die du zusammen benutzen kannst mit einer Regendusche hier mit drin. Wenn du mal kurz in die Dusche gehst, ja, wir haben ja alle Strümpfe an. Und you're looking on your watch because a lot of customers are waiting for you. But you told us that you take your time. Take your time. Take your time. Ist es schön? Die Dusche ist echt riesig. Genau. So, du bist 1,75 Meter groß und ja, das Ganze ist... Hier, with all the lightning, you have a bus system here. So, it can be programmed or how is it working with the electrics? So, no, it's not programmed. It's just a switch for the lights. It's an on-off. Okay, also es ist alles ein bisschen einfacher. Du hast noch Tasten wie früher. Drückst drauf, on-off. Also, das ist... Ich gehe mal durch. Warte mal, ich komme mal mit hier. Guck mal hier. Ich gehe jetzt mal in dein Badezimmer rein. Nimmst du rechts oder neben? Ich nehme beide. Richtig cool. So, und hier siehst du noch einen Spiegel mit drin. Alles ist da. Der Boden, der der Floor ist real wood here. Yes. Also echtes Holz am Boden. Und überall Steckdosen. What is the difference between the black and the red one? No. Also, es ist wahrscheinlich... Ist die rote kann sein, dass das die Steckdose ist, die immer geht. Und es kann sein, dass die schwarze am Landstrom hängt. Also, das ist normalerweise so. Because normally the red one is the socket that ever works. and the black one is when you are connected. That's probably the same case here, but I'm just not sure. Ist sich nicht 100% sicher, aber das ist nicht so schlimm. But the bed, the size of the bed, what do we have here? I'm not sure with the size of the bed at all, but I can say that it's more than enough for two people. Ja, also man, ich würde mal schätzen, das sind zweimal zwei Meter. Also genug, mehr als genug, hat er gesagt, für zwei Personen. You also have a Make-up table. Yes. That's very important. Also man hat, for all your lingerie, you also have space there. There's a mirror. Also hier vorne kannst du die Uhren reinlegen und die ganzen Ringe und alles. Das kannst du machen und jede Menge Schränke. Machen wir wieder rechts in den Schrank auf. Magnets to hold them? Excuse me. Are there magnets to hold the doors? Yes. Also da oben sind Magnete drin. Also einmal hier. Okay, das Ganze. Dann hast du zusätzlich nochmal ein Tresor hier mit drin. Das ist mit eingebaut. Und auch die Verarbeitung am Boden, das ist echtes Holz hier unten. Das ist eine Schiebetür. A sliding door? Mhm. You just click it. Also push lock. Das ist schön und ein großer Samsung-Fernseher. Everybody is using Samsung inside chips. Have you seen it? I don't know the reason why, but they have a good quality. Maybe it's because of that. Guck mal hier vorne, das Leder. Guck mal, alles ist beledert. Mhm. Sure. Es ist sehr wohnlich. You know all the letters work, you know, the teak, the stainless steel. We do pretty much most of the thing in-house. So, sie machen alles in-house, also das Leder, das Edelstahl, was gemacht wird, natürlich hier die Türen, auch die Spaltmaße. Guck mal hier, wie genau alles gefertigt ist. Du kannst von oben nach unten gehen. Das ist sehr schick und es kommt noch besser, ja. How many beds do you have here? Eight? So, yeah, we've got eight beds. So, acht Betten haben wir hier. Und jetzt bin ich ja gerade überall so ein Spiegel. Das ist manchmal, weißt du, auf der Kirmes, kennst du das, wenn so Spiegel... Ja, ja, das ist deswegen wie so ein Labyrinth. Man weiß nicht, ist das jetzt ein Spiegel oder ist das eine Tür? Irgendwie. Und sie sagt nämlich immer, es ist so ein kleines Labyrinth, in den man immer wieder reingehen. Normalerweise unten, was mir auffällt, es fühlt sich gar nicht an, als wäre ich unten, oder? Hier drin. Es fühlt sich an, als wäre ich oben. It doesn't feel if you are downstairs. It feels like it is upstairs. Thanks to the large windows. So, I should, by the way, I should add that that was a wrong information. We've got six beds, but we've got, you know, accommodation for eight people. Eight people, okay. These, the starboard and the port side guest cabins are pretty much identical. The only difference is that the head area over here can be used as a day head as well. So, again, so we have one, two, three, four, five, six people living here and seven, eight. Yep, that is correct. Okay. But we've got six beds. Okay, so if there are people who don't want to sleep together, so you can provide six people. Okay. Okay, man kann also sechs Leute kann man versorgen. This is the... This is the VIP cabin. This is the VIP cabin. The VIP cabin. That's amazing. And the position of the bed is... It's quite unusual, but we created the space in such, you know, layout, so it's easier to, you know, walk through in this cabin. Also, ich muss das mal zeigen. Also, er hat ein neues Layout kreiert, in dem das Bett nämlich quer drin ist. Und das schafft natürlich hier unglaublich viel Raum. Du hast also hier eine Stehhöhe, wenn du mal gerade den Arm mal hochmachst, bitte, von über zwei Metern. It's over two meters height here. Yeah, that is correct. And also, I would say, instead of a VIP cabin, I would call this cabin the second master. Das ist das zweite Master-Schlafzimmer. Und, ähm, it's hard to tell where I want to be. Yes, either in the... Either. ...in the master or here. Yeah, but... I personally would choose this cabin. Yeah, this cabin is amazing. Also, es ist alles beledert hier. Wenn du mal gerade beschreibst, wie es sich das anfühlt. Die Türen sind recht schwer. Also, schon massiv. Sehr, sehr gut auf und zu. Krass. Dann, die AC is all over the boat? Yes. Okay. So, also, die, die Air-Conditioning, die ist überall hier am Boot mit drin. Are you able to do you have storage underneath the bed also? Do you have storage underneath the bed? Yes, there are storage under the bed. Also, es gibt noch storage under the bed. Dann hast du hier so eine kleine Liege. But, what is this used for? Is it just to, to put things on it when you go to sleep, for instance? Yes. Yeah, to place things. You can lie on this. You can look outside. It's really nice to read book while you're cruising. Also, man kann hier Bücher lesen, während man fährt. Ich wüsste zwar nicht, wo ich die Arme entlegen soll. Wenn du gerade dich mal drauflegst, mach mal bitte. Dann haben wir mal einen Schuss hier drauf. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ja gut, es ist jetzt nicht so entspannt, weil du dich hier gerade nicht anlegen kannst. Aber jetzt sieht man das hier. Ah, es ist auf jeden Fall besser wie nix, oder? Es ist hier draus gucken. Okay, but you can change sizes here inside, if you say I want to have the bed a little bit wider. I mean, not wider maybe, but we can, if you don't want the bed over here, this thing over here, we can change with something else. Also, man hat für das Raumgefühl zu erweitern, hat man überall Spiegel mit drin und bitte mal ans Bad, denn eben das Bad war ja schon der Hammer, oder wo man durchgehen konnte, oder? Und hier hast du eine Eckdusche hier hinten drin. Ja. Wow. Ist es schön? Ja, sehr gut. Also, und dann... Kann man sich da auch noch irgendwie das Licht anmachen? Ist there a possibility to turn on more lights? Yes. So, dann kann man ein paar Lampen anmachen. Ja, da ist es. Das Bad also works with the lights, so... Oh, okay. Also, der Ventilator geht zusammen mit den Lampen, deswegen sind die im Moment ausgewiesen. Aber das wär's doch jetzt, oder? Eine Dusche, ja. Ja, das ist gut. Das Problem ist leider, dass ein Durchschnitts-Lotto-Gewinn auch noch nicht langt, hier. And, um, Space for the Cabin-Crew. Ist it... Is it down? So, we gotta walk a little bit, cause it's in the very back... Uh... Also, es ist ganz, ganz hinten ist der Platz für die Crew. Und, da bin ich mal gespannt, normalerweise ist die nämlich komplett getrennt. Wir gehen mal durch. Also, hier nochmal hoch. Alles ist hier beleuchtet. Was mir aufgefallen ist, alles ist sehr, sehr slippery. Und, äh, jetzt gehen wir mal weiter rein. Also, drei Stockwerke für uns. Ganz unten waren wir jetzt. Es wird wieder ein bisschen lauter. Und hier kann man auch nicht so ausrutschen. Denn hier auf dem Teakholz, das ist ein bisschen offener. Und jetzt kommt's noch viel besser. So, we have the access to the engine room from here as well. Ich zeig das mal gerade. We also have an access to the Aftec, but that's for more for the emergency access. Also, die Crew ist praktisch hier. Die siehst du gar nicht im normalen Leben. Die lebt hier unten drunter. Und, äh, die hat natürlich die eigenen vier Wände, die drin sind. Und das ist das, was ich eben gesehen habe. Das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Das ist ja mal eine nette Idee, wenn du also nicht übereinander schläfst, sondern leicht verwinkelt. Guck mal. Ah. Wenn ich mal kürzer... Ja. We've got a cabin for the captain on your right side, on the starboard side. And on the port side, this is for the crew. So, es gibt also zwei verschiedene Kabinen, bitte. Da rechts ist es, von dir. Da ist dann der Ketten. Und da, und da ist der Ketten drin. Okay, hab ich soweit verstanden. Und, ähm, ja, was jetzt noch kommt, ist natürlich die, der große Maschinenraum. Da geht's dann hier durch. Mit den Wänden und diesen zwei großen MAN-Maschinen. V12, zwölf Zylinder, zwei Stück, die hier drin sind. I think this is pretty much standard here, the MAN V12. Yeah, the V12, I mean, we've got two options. The standard ones are 1400, and the optionally you can choose 1550s. So right now we have the 1400s. I mean, the sizes, they don't change. So it's pretty much the, you know, the same way it is. Also, es sind hier die zweimal 1400 PS Motoren. Ich glaube, die sind vollkommen ausreichend. Und, äh, are there any, any problems known with this motor? No, no, no. Es gibt keine Probleme. And it's, 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 it's very, um, it's very loud, the motor. Do you hear anything underneath? I mean, when you're cruising in low speeds, around, like, let's say, 10 knots, 11 knots, which is the economical cruising speed of this yacht, it's very, very silent. Also, the noise isolation is really, really good. Okay, Azad gesagt, also, das ist kein Problem. Also, die Geräuschstärmung ist sehr, sehr gut. Und hier hast du alles Sicherungen und so weiter. And the power generator? We have the on-and generator, twin generators. It's located also underneath? Ah, hier rechts. Okay, da vorne ist der on-and generator. And optionally, you have the option to choose either a sea keeper or a humphrey finn. Also, es gibt also nicht nur den, den common zonen, sondern man hat auch noch weitere Optionen, die man anschließen kann. Hier vorne, hier sieht man natürlich schöne Details. We don't have a sea keeper in this one. Yeah. Right now, but we have the humphrey finn. So, ich zeig mal gerade ganz kurz den ganzen Raum hier, den man hier drin hat. Is it a crew, there is no owner operating this on, on his own? No, no, it's a bit too big for a owner to. Ja, ist ein bisschen zu groß, dass man das alleine fahren kann. Ich denke mal, what is the normal size of the crew? Is it for three people? Is this enough? One captain and two crew will be enough for this yacht, yes. Is this used in chartering too, very often, this boat or? No, not meant for chartering, but yeah. But it could be, but this boat is as a home exchange, maybe for some people? I don't know, it's totally up to our customers. Of course, but yeah, I can definitely say that it feels like a home on sea. You can live in. That's our motto, home, sea, home. Also, home, sea, home ist das Motto. Man kann drin wohnen. Are there any other compartments we can see or are we finished? Have we finished? I think we're done. I think we're done. Okay, ich denke, wir sind durch. Und ja, das Fazit würde mir gleich mal die Sandra erzählen, denn wir haben ja schon einige Sachen gesehen. Eins kann ich euch sagen, alles ist ein bisschen, ja, mehr... So, wir sind unüberhörbar auf der Boot in Düsseldorf. Ja. So, und hier ist Ali. Ali, you made an excellent job here. Thank you so much. And you helped us so much, because otherwise we couldn't figure out what's this and this and this is used for. My pleasure. No worries at all. Thank you so much. And did you, did you sold already some shifts here on the fair? Not yet, not yet, but there are some potential customers. Okay, so thank you very much. Warte mal, jetzt machen wir noch die Abmoderation. Da sind wir. Vielen Dank, Ali. Jetzt ist unser Gipbel tatsächlich leer gegangen. Das habe ich auch noch welche Mal lang erlebt. Aber für die Abmoderation musst du jetzt halten. Wir sind am Stand. Ja, von, what is the name of your company? Sirena Marine. Our model brand is Sirena Marine. Okay. Sirena Marine. Sirena Jans. Okay. Das ist es. Und wir sind auf dem Stand, ja, in Düsseldorf hier. Heute, am 24. Januar 2023. Vielen Dank fürs Einschalten. Und Tschüss. Okay.